Wir wollen heute Abend zusammen mit Beat Weber und Nadja Rakowitz, bei denen ich mich auch herzlich bedanken möchte, für die Zusage, für die Veranstaltung eben über Bitcoin und Kryptowährungen reden. Die beiden beschäftigen sich, wenn auch aus unterschiedlichen Sichtweisen, schon länger mit der Problematik Geld. Beat Weber ist darüber hinaus Redakteur bei der Zeitschrift Kurswechsel und Nadja Rakowitz war vorher in der Marx-Gesellschaft und ist bei uns auch bei der Marx-Herbstschule immer dabei und aus der marxistischen Perspektive beschäftigt sie sich eben schon länger mit Geld. Beat wird heute Abend eine Einführung in die Thematik machen und überhaupt darauf eingehen, was Bitcoins sind und wie sie funktionieren, beziehungsweise auch mit welchen Problemen man eventuell konfrontiert ist, wenn man Bitcoins, wenn man Euro oder Dollar, also die gängigen Währungen durch Bitcoins ersetzen möchte. Mit Nadja werden wir dann ein bisschen gezielter und genauer auf die Frage eingehen, inwieweit können die Bitcoins einen Inweis auf eine vielleicht zukünftige emanzipatorische Gesellschaft oder inwieweit können sie ein Beispiel oder einen Beitrag dazu leisten. Und danach wollen wir natürlich mit euch ins Gespräch kommen. Bevor ich jetzt Beat das Wort gebe, möchte ich euch nochmal darum bitten, euch in die Teilnehmerlisten einzutragen, die jetzt gerade nochmal herumgegeben werden. Werden die brauchen wir für die Abrechnung der Veranstaltung? Beat, du hast das Wort. Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein. Die meisten Bitcoin-Veranstaltungen oder Beschäftigungen gehen das Ganze aus einer technischen Perspektive an. Das möchte ich nicht machen. Ich werde heute mit einer kurzen Einführung, wie das funktioniert, versorgen, aber dann aus einer ökonomischen Perspektive die Sache betrachten, die meines Erachtens innerhalb der Bitcoin-Community oft ein bisschen zu wenig passiert. Was ist Bitcoin? Es ist ein privates Projekt, das im Jahr 2008 online gestellt worden ist von einem anonymen Programmierer mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto und der vorgeschlagen hat, einen technischen Vorschlag, wie man ein System errichten könnte, das in der Lage ist, eine private Alternative zum Geldsystem und zum herrschenden Zahlungssystem zu entwickeln. Aus der Motivation heraus, dass diese Systeme von hierarchischen, zentralistischen Organisationen wie Zentralbanken und Banken dominiert werden, denen man mit Datenweitergabe vertrauen muss und die sozusagen allerlei dubioser Machenschaften verdächtigt werden. Und die Idee war, wie das schon eigentlich seit dem Beginn des Internets viele Leute umtreibt, eine genuine der Kultur des Internets entsprechende Geldtechnologie zu schaffen, also dezentral verwaltet, Open Source, sozusagen ohne, dass irgendeine Instanz zentralistisch darauf Einfluss hätte. Das Ganze wird verwaltet, eben dezentral von so einem Peer-to-Peer-Computer-Netzwerk, das man vergleichen kann, vielleicht ganz grob, wie so File-Sharing-Technologien, wo Leute Filme tauschen im Internet, die ja in den letzten zwei Jahrzehnten sich sehr verbreitet haben. Geldmünzen unter Anführungszeichen sind dort nicht physisch vorhanden in diesem Projekt, sondern sind Ketten digitaler Signaturen, die transferiert werden können. Zu den Motiven habe ich jetzt schon gesagt, dieses Misstrauen gegen Instanzen wie Banken und Personalbanken ist sicher treibend gewesen für die Initiatoren. Und die Tatsache, dass das Ganze aufgenommen wurde von einer Community von Freiwilligen und großen Erfolg gefeiert hat, wenn man sich die Medienberichte und die sozusagen Projekterfolge anschaut, hat sicher mit der Krise zu tun, die 2008 ausgebrochen ist, die eben das allgemeine Misstrauen gegen Banken und sozusagen die Art und Weise, wie wirtschaftspolitisch von Staat und Zentralbanken darauf reagiert worden ist, enorm gesteigert hat. Und die Frage, ob mit dem Geldsystem irgendwas faul ist, sozusagen viele Kritiker umtreibt. Dazu kommen auch andere Motive, zum Beispiel das generell in der Internet-Community hochgehaltene Prinzip der Netzneutralität und das Missfallen, dass sozusagen staatliche Zensur in bestimmten Fällen möglich ist, etwa wie der US-Staat Spenden gegen Wikileaks blockiert hat, war auch so ein Motiv, das jetzt vielleicht nicht aus der gleichen Ecke kommt wie diese Bankenskepsis, die das Einstiegsmotiv ist. Ein wichtiges Motiv ist auch Technikbegeisterung. Viele Leute, die eben aus der technischen Richtung kommen, sehen in dieser Bitcoin-Technologie eine interessante Verknüpfung von Geschichten zu einem Zweck, dem bislang technisch sozusagen nicht beigesprungen werden konnte. Und schließlich gibt es auch ein finanzielles Motiv. Viele Leute haben sich der Bitcoin-Community aus finanziellen Motiven angeschlossen, weil hier das Versprechen auf Geld verdienen winkt. Also ein Sammelsurium von Motiven hat dazu geführt, dass verschiedene Menschen sich dieser Community angeschlossen haben. Was macht jetzt diese Community? Wie gesagt, das Projekt besteht darin, ein Zahlungssystem und das Versprechen auf eine Alternative, ein alternatives Geldsystem, das privat verwaltet wird, anzubieten. Also es gibt zwei, im Wesentlichen zwei Gruppen von Community-Teilnehmern. Das eine sind Leute, die Rechnerkapazität zur Verfügung stellen und diese Rechnerkapazität im Kollektiv sozusagen das System betreibt. Und dann gibt es einfache Nutzer und Nutzerinnen, die dort Zahlungsverkehr abwickeln können und sozusagen eine Alternative zum Bankkundengeschäft hier sich versprechen. Also Nutzerinnen, die das als Zahlungsverkehr nutzen wollen, können sich registrieren und untereinander Bitcoin mit Hilfe von Verschlüsselungstechnik transferieren, ohne dass sie jetzt ihre privaten Daten an irgendwelche zentralen Beweiber, Betreiber weitergeben müssen. Und die in einem normalen, traditionellen Zahlungsverkehrssystem gibt es eine Instanz, entweder Kreditkartenfirma oder eine Bank, die sozusagen diese Überweisung durchführt. Das gibt es im Bitcoin-System nicht, sondern jedes Mal, wenn einen Zahlungsauftrag im System eintrudelt, kommt es zu einer Art von öffentlichen Ausschreibung unter den beteiligten Usern die Computerkapazität zur Verfügung stellen, dem Netz. Und in dieser Ausschreibung ist eine, die initiiert eine Art Wettbewerb, wo jetzt die beteiligten Computer darum konkurrieren müssen, diesen Zahlungsverkehrsauftrag durchzuführen. Sie müssen ein automatisch vom System gestelltes Rätsel lösen und wer damit am schnellsten ist, sozusagen kriegt den Zuschlag und kann die Funktion erfüllen, die normalerweise Banken erfüllen, nämlich diese Zahlungstransfer abzuwickeln, zu bestätigen und in ein öffentliches Register einzutragen. Warum machen die beteiligten Computerressourcen zur Verfügung steller das? Weil sie den Anreiz haben, vom System, dass jeder, der so erfolgreich ist in diesem Wettbewerb, aus dem Zentralbestand des Systems einen gewissen Anteil an Bitcoins als Belohnung bekommt. Das heißt, die Leute, die Zahlungen durchführen wollen, zahlen im Unterschied zu etwa einer Bankdienstleistung oder bei einer Western-Union-Überweisung jetzt nicht für die Dienstleistung, aber die ganze Sache ist für den Dienstleister, der sich in dem Wettbewerb durchsetzt, trotzdem interessant und zwar, weil er von der Zentralinstanz eine Belohnung bekommt für diese Gratis-Dienstleistung. Und auf diesem Wege kommen diese Bitcoins, die sozusagen als Geldersatz sich anbieten, überhaupt in Umlauf. Alle zehn Minuten wird so ein Bündel neuer Zahlungsaufträge abgewickelt in so einem Wettbewerbssystem und der Sieger erhält 25 Bitcoins und so wird Zug um Zug diese unter Anführungszeichen Geldmenge in Umlauf gebracht. Die ist, und das ist auch etwas Besonderes bei diesem Bitcoin-System, die ist absolut begrenzt. In unserem heutigen System wird Geld von der Zentralbank und den Banken geschöpft, nach Bedarf. Und im Bitcoin ist es anders, nämlich das ist, wie sozusagen Sie sich das System im Goldstandard vorstellen, ergibt es eine absolute Obergrenze von dem, was Sie als Geld zur Verfügung stellen wollen. Das sind rund 21 Millionen Bitcoin und die werden nach einer technischen Regel, nicht nach Bedarf, sondern nach einer festgelegten Regel, Zug um Zug in Umlauf gebracht, bis sozusagen alle 21 Millionen in Umlauf sehen und dann ist Schluss. Dann muss mit der bestehenden unter Anführungszeichen Geldmenge operiert werden. Und im Unterschied zu dem herrschenden Geldsystem, wo sozusagen Geld im Zug einer Kreditschöpfung in Umlauf gebracht wird durch Zentralbank oder Banken, ist im Bitcoin-System die Geldausgabe dezentral in dem Sinne, dass sozusagen das System automatisch als Entlohnung für so eine Zahlungsdienstleistung den Computerressourcenbereitstellern jeweils ein neues Bündel Bitcoins zur Verfügung stellt. Das Ganze passiert anonym. Also Leute, die da Zahlungen untereinander leisten, brauchen nicht ihre Namen bekannt geben, der Öffentlichkeit, sondern haben so eine Art Nummernkonten, wo sie mit einer Verschlüsselungstechnik ihre Identität vor allem außer ihnen zweien geheim halten können bis zu einem gewissen Grad. Und das ist sozusagen auch ein zentrales Versprechen dieser Bitcoin-Technologie, dass man sozusagen die Angst vor Datenklau und der Wunsch nach Privatheit hier sozusagen ein attraktives Angebot findet. Das Geldschöpfungssystem kann man sozusagen ökonomisch sagen, quer subventioniert das Zahlungssystem, weil Bitcoin wirbt damit, dass sozusagen Zahlungen hier besonders billig sind, weil sie den User nichts oder sehr, sehr wenig kosten. Man kann freiwillige Gebühren zahlen und somit die Durchführung der eigenen, des Zahlungsauftrags beschleunigen. Man muss nicht. Und sozusagen der Zahlungsbetreiber hat zwar Kosten, weil er muss ja Ressourcen zur Verfügung stellen, er muss Computerpower investieren und sozusagen in dem Wettlauf, in dem sich diese Dienstleister befinden, muss viel investiert werden, um mitzuhalten. Das kostet viel Geld, aber wird entlohnt durch diese zentrale unter Anführungszeichen Geldausschüttung. Was sich seit dieser Erfindung von Bitcoin, die dann von vielen Usern genutzt wurde, entstanden ist, ist auch ein Handelsplattformen, wo man Bitcoin wie eine echte Währung gegen offizielle Währungen umtauschen kann. Es gibt täglich, es gibt eine Reihe von Plattformen, wo Angebot und Nachfrage gematcht werden und sich so ein Wechselkurs von Bitcoin gegen Euro und gegen Dollar abgebildet wird und wo Leute hin und her tauschen können. Sei es, weil sie es brauchen oder weil sie Aussicht auf Spekulationsgewinne hegen. Wie kommt man zu Bitcoins? Ich habe es schon gesagt, die erste Möglichkeit wäre, an diesem Wettbewerb um Zahlungsverkehrsdienste teilzunehmen. Zweite Möglichkeit wäre, auf Handelsplattformen es zu kaufen im Austausch gegen offizielle Währung. Dritte Möglichkeit wäre, ich biete eine Leistung an und nehme Bitcoin in Zahlung. Es gibt eine Reihe von, sagen wir, eher so Internetfirmen, die Bitcoin in Zahlung nehmen. Sie schreiben ihre Preise zwar nicht in Bitcoin an, sondern die sind immer in Euro und Dollar oder sonst was. Also Bitcoin ist niemals Recheneinheit, aber man kann, wenn man möchte, in Bitcoin zahlen und das ist sozusagen eine beliebte Werbemaßnahme für Firmen, die technologieaffin sind und so, sich davon versprechen, neue Kundinnen anzuziehen. Für die Möglichkeit, man bekommt es geschenkt, wenn einem jemand etwas spendet. Was kann man mit Bitcoin machen? Man kann es spenden an Non-Profit-Projekte, Wikileaks zum Beispiel oder andere Projekte, die sozusagen internetaffin sind und das Donations da akzeptieren. Man kann bei Bitcoin Wirtschaftstreibenden bezahlen und schließlich, man kann spekulieren. Man kann es kaufen zu einem, wie man denkt, künstlichen Kurs und darauf setzen, dass sich der Kurs in der Zukunft verbessert, um es dann gegen mehr offizielle Währung wieder zu verkaufen. Und man kann davon ausgehen, dass diese dritte Möglichkeit ein beherrschendes Motiv ist für viele der Menschen, die in der Bitcoin-Community engagiert sind. Wie schauen die Nutzerzahlen aus? Was hier steht, ist ein bisschen veraltet, aber es gibt die Größenordnung wieder. Bislang gab es rund 50 Millionen Transaktionen. Es gibt rund 30 Millionen Adressen, was aber jetzt nicht auf die Zahl der Nutzer Rückschlüsse erlaubt, weil man ist angehalten, um die Anonymität zu stärken, dass jeder User eine Menge Adressen sich anlegt, um sozusagen nicht traceable zu sein. Also maximal eine Million Nutzer, wenn nicht viel weniger. Und bislang sind von diesen 21 Millionen Bitcoins, die es absolut gibt, sind mittlerweile 13,5 in Umlauf. Zu einem derzeitigen Marktkurs von ungefähr 6 Milliarden Dollar. Derzeit ist der Kurs bei 300 bis 400 Dollar pro Bitcoin und war schon beträchtlich viel mehr. Also wir haben bislang eine große Spitze der Kursentwicklung erlebt im Jahr 2013, 2014. Seither geht es ein bisschen bergab, weil ein paar Sachen schiefgegangen sind, Handelsplattformen sind untergegangen und ein paar staatliche Stellungnahmen haben die Zukunftsaussichten ein wenig verdüstert. Und noch die tägliche Zahl der Transaktionen ist im Schnitt sozusagen 60 bis 80.000, was viel klingt und auch nicht unbeträchtlich ist, aber im Vergleich, nicht Visa, sozusagen als großer Zahlungsbetreiber, hat 212 Millionen, das sind schon ganz andere Dimensionen, die im weltweiten Zahlungsverkehr herrschen. Noch eine Charte, den Bitcoin-Kurs bis zum März diesen Jahres zeigt, das ist seit lange Zeit recht stabil oder leicht aufwärts entwickelt. Dann mit so einem Medienhype und Tatsache, dass in China gewisse Geschäfte Bitcoin-affin geworden sind, ein großes Kurs hoch und dann mit dem Ende Februar ein großer Bruch, weil eine die zentrale, bislang zentrale Handelsplattform Mount Gox Pleite gemacht hat und seither hat der Kurs eher im Verfall begriffen. Jetzt noch abschließend, wie kann man das Ganze bewerten? Ökonomisch jetzt nicht, technisch sicher interessant und viele Leute technisch sehr fasziniert davon und sicher ein innovatives Projekt. Aber die haben das Versprechen, damit eine Alternative zu Geld herzustellen, da muss man schon sehr, sehr unorthodox denken, um das für möglich zu halten, weil in Bitcoin ist, und das absichtlich, keine Geldpolitik möglich. Es ist ein absolut automatisches System, wo eben eine fixe Obergrenze eingezogen ist und eine Regel, eine technische vorab bestimmt, wie viel abhängig vom Nutzerverhalten in Umlauf kommt. Und sozusagen das, was Zentralbanken machen oder was das Mandat von Zentralbanken ist, ist sozusagen geldpolitisch versuchen, den Geldumlauf zu stabilisieren und die Kaufkraft des Geldes zu stabilisieren. Und das ist das, was Nutzerinnen an Geld schätzen, was Geld sinnvoll zu verwenden macht in der Ökonomie. Und das ist in Bitcoin nicht möglich. Es gibt keine Instanz, die sozusagen den Auftrag hätte, den Kurs zu stabilisieren. Entsprechend sehen wir, dass der Kurs von Bitcoin zu offizieller Währung extrem schwankt. Sämtliche Preise der Welt sind allerdings in offizieller Währung berechnet. Insofern, sozusagen jeder Mensch, der mit Bitcoin zahlt oder sonst wie verwendet, ist einem extremen Kursrisiko ausgesetzt, was aus Spekulationsgründen interessant ist, wenn man an sowas interessiert ist, aber sozusagen mit Geld von Geld erwartet man was anderes. Nämlich eine gewisse Stabilität und die kann bei Bitcoin niemand herstellen. Und das ist sozusagen ein zentrales Defizit, das auf einem Missverständnis beruht, was Geld können muss. Ein wichtiges Versprechen von Bitcoin ist auch Anonymität und offener Zugang. Es kann immer wieder Events und Umstände geben, wo Anonymität wichtig ist. Der Kampf um die Privatsphäre ist sicher im 21. Jahrhundert eine zentrale Kampffläche. Aber sozusagen bei Bitcoin, wo die Anonymität verknüpft wird mit Geld oder so, geht es eher um den Schutz individueller Privateigentümerschaft vor Staats- und Oligopolwillkür. Und es gibt sozusagen nicht aufgewogen irgendeine Möglichkeit oder Option, sozusagen demokratische Willensbildung und Umverteilung durch Steuern zu machen, sondern hintertreibt es eher, was das Projekt passend macht für eine libertäre Vision von einer rein auf private Eigentümerschaft und keiner von Demokratie oder sonstigen kollektiven Instanzen geprägten Wirtschaft genuin zu machen, aber für sozusagen die meisten anderen Gesellschaftsmodelle ist das sozusagen eine zu einseitige Vision. Aus sozusagen rein betriebswirtschaftlicher Perspektive dieses Versprechen, dass Bitcoin billiger sei als andere Zahlungsverkehrsbetreiber, ist ein bisschen so nur die halbe Wahrheit, weil was Bitcoin macht, ist für den Nutzer günstig oder nahezu gratis. Bitcoin bietet aber auch was anderes an als andere Zahlungsverdienstbetreiber, nämlich nur den nackten Akt der Transfers der Zahlung von A nach B, von Nutzer 1 zu Nutzer 2. Was Banken oder sozusagen Kreditkartendienstleister machen, ist, dass sie um diese nackte Dienstleistung noch eine Reihe von anderen Dienstleistungen herumbündeln und das im Paket anbieten. Zum Beispiel den Schutz vor Betrug, wenn deine Daten gestohlen werden, hast du in der Regel Ersatzanspruch, wenn du eine irrtümlich fehlüberweist, sorgt der Zahlungsdienstleister dafür, dass du das Geld zurückkriegst. Sie führen da ein Konto und verwalten eine Reihe von anderen Risiken, sozusagen dass der direkte Vergleich ein bisschen linkt. Außerdem ist es sozusagen wie bei vielen anderen Produkten, kann man das als eine Art vorübergehendes Einführungsangebot betrachten, weil irgendwann, sobald die gesamte, unter Anführungszeichen, Geldmenge bei Bitcoin ausgeschöpft ist, also die 21 Millionen erreicht sind, sondern gibt es keine Möglichkeit mehr, für diesen Wettbewerb der Zahlungsdienstleister eine Belohnung aus dem Zentralbestand anzubieten. Ab diesem Zeitpunkt werden Gebühren erhoben werden müssen von den Nutzerinnen und angesichts der hohen Kosten, die durch den Wettbewerb entstehen, weil viele Leute müssen gleichzeitig dasselbe machen, nämlich konkurrieren in diesem Wettbewerb, also enorm viel Doppelgleisigkeiten, viel investieren in Computerpower, um da mithalten zu können. Es ist im Grunde recht teuer, nur bislang merkt es der User nicht, weil sozusagen diese Kosten quersubventioniert werden von der Geldschöpfung, sobald das nicht mehr möglich ist, weil die Obergrenze erreicht ist, werden enorme Gebühren fällig werden müssen und der Kostenvorteil, der scheinbare, ist dahin. Viertes Versprechen, sozusagen dezentrale Communityverwaltung in Opposition zu zentralen Machtinstanzen, ist sozusagen ein zentrales Narrativ bei diesem Bitcoin-Projekt. Die Schattenseite davon ist allerdings eine extreme Risikoabwälzung auf Individuen. Du musst da jeder User, der eben nicht diese Zentraldienste von offiziellen Systemen in Anspruch nimmt, ist im Bitcoin allein. Der muss sich selber um die Sicherheit seiner Geldbörse kümmern und muss sich darum kümmern, wenn er einen Fehler macht, sein Geld wieder auf andere Weise zurückzubekommen und eine Menge andere Risiken im Zahlungsverkehr sich selber versichern, entweder Drittanbieter zu finden, denen er wieder etwas zahlt dafür oder eben selber Investitionen tätigen in die Sicherheit. Insofern ist das Risiko nicht eliminiert, sondern einfach individualisiert. Und das ist dann schon ein wichtiger Unterschied. Und was diese Community-Qualität betrifft, sozusagen ist das eher eine Marktgesellschaft, als eine Community, die mit Solidarität oder so mit diesen Assoziationen, mit denen wir üblicherweise Community assoziieren, betrieben wird, weil diese Infrastruktur Aufrechterhaltung in Bitcoin über Profitanreize und Wettbewerb läuft und nicht über andere Formen der Gemeinschaftsbildung, die sozusagen in diesem Haus vielleicht eher unter Community verstanden werden. Im Ausblick ist Bitcoin sozusagen eher ein Spekulationsobjekt, aber nicht geeignet als Geld für eine funktionierende Wirtschaft, weil Geld eine fundamentale soziale Institution ist, die jetzt nicht von einem Markt allein betrieben werden kann, ohne dass massive Probleme für die Gesamtwirtschaft daraus folgen. Und Bitcoin ist nur einer von vielen so Geldreformvorschlägen, die jeder auf so spezielle Probleme zugeschnitten sind und für viele andere halt nicht funktionieren. Bei Bitcoin ist sozusagen der Fokus auf das Versagen des Staates, die, dass Staaten absichtlich Inflation erzeugen und dadurch Krisen herbeiführen. Und das wird verhindert, indem sozusagen der Staat unterminiert wird als Geldautorität. Aber für sozusagen ein normales wirtschaftliches Funktionieren ist das weitgehend ungeeignet. Und schließlich als Zahlungsverkehrssystem ist jetzt Bitcoin für spezielle Nischen durchaus geeignet. Also wenn man sozusagen Illegalität braucht oder schätzt, weil aus guten oder schlechten Gründen, oder Kleinbetragsgeschäfte oder sozusagen globale Überweisungen, wo sozusagen das Bankensystem nicht greift, sondern nur so zwielichtige Zahlungsverkehrsbetreiber, Leute abzocken, kann es natürlich die technischen Voraussetzungen gegeben interessant sein. Aber man muss es eben sehen, es bietet auch schmalere Dienste an als etablierte BetreiberInnen und verschiebt Risiken und Kosten auf die KonsumentInnen. Und das wäre mein Resümee und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Beat. Du hast ja schon auf ein paar Probleme und Grenzen dieses Geldes hingewiesen. Allerdings würde ich sagen, Nadja, als Linke fühlt man sich jetzt auch ein bisschen angesprochen, wenn man so Staatskritik oder Bankkritik oder Misstrauen gegen Banken hört und auch, dass keine Geldpolitik möglich ist. Da kann man die eine oder andere Sicht über die Geldpolitik und ihre Möglichkeiten haben. Also jetzt vielleicht nochmal, sind Bitcoins eventuell, können sie ein Hinweis sein oder zu einer eben künftigen emanzipatorischen Gesellschaft oder können sie einen Beitrag dazu leisten oder kann man vielleicht aus dieser Art und Weise der Organisation der Sache was lernen? Ja, okay. Danke für die Einladung. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, bin ich auf Artikel gestoßen, die hießen zum Beispiel die heimatlose Währung. Das ist natürlich erstmal etwas Angenehmes und etwas Positives, wenn man in Deutschland diesen D-Mark-Nationalismus noch gewöhnt ist. Oder ich war mal in Österreich, kann ich mich erinnern, in Wien bei einer Veranstaltung, kurz bevor der Euro in Österreich eingeführt wurde. Und dann habe ich da vor so einem linken Publikum gesagt, naja, der Schilling ist ja sowieso nur noch die folkloristische Verkleidung der D-Mark schon seit Jahren. Eisernes Schweigen herrschte im Saal. Obwohl das irgendwie auch eine linke Veranstaltung war. Also irgendetwas, was gegen so eine Form von Nationalismus, der sich an der Währung dranhängt, wie wir es jetzt inzwischen ja auch bei dem Euro ein Stück weit haben, kann ich, würde ich sagen, erstmal begrüßen. Auch eine Kritik an der Hierarchie, die über eine Zentralbank und über das Geschäftsbankensystem repräsentiert wird, ist ja erstmal richtig. Wobei schon da sich zeigt, finde ich, dass da viele Unterschiede zwischen Politik und Ökonomie oder zwischen Staat und Gesellschaft verschwimmen. Wenn man einfach sagt Zentralbank-Hierarchie und Banken-Hierarchie, das sind nun mal zwei ganz unterschiedliche Institutionen. und ich vermisse daran dann auch, dass das Geldsystem selbst ja in sich hierarchisch ist und eine Hierarchie, eine gesellschaftliche repräsentiert. Daran sehe ich dann erstmal keine Kritik, sondern erstmal nur an diesen hierarchischen Institutionen und an denen natürlich völlig zu Recht. Mein erster Reflex, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, war, ins Bücherregal zu greifen und Hayek nochmal zu lesen. Es gibt ein schönes Buch von dem Friedrich August Hayek, also der neoliberale Ökonom schlechthin, über die Entnationalisierung des Geldes. Und ich hatte vermutet, das ist eigentlich was ganz Ähnliches. Hayek schlägt da vor, die Zentralbanken abzuschaffen und die ganze Geldschöpfung und das ganze Geldsystem einfach über Privatbanken zu organisieren. Was sich dann am Markt bewährt, auch an Währungen, die die herausgeben, das überlebt und was nicht, das geht eben zugrunde, wie sich so ein Liberaler eben Marktprozesse vorstellt. Jetzt kommt mir das klüger und kritischer vor, die Bitcoins, weil die ja nicht nur den Reflex gegen Zentralbanken haben, sondern eben auch keine Privatbanken wollen, sondern sagen, also wir lehnen dieses ganze System ab und versuchen das auf irgendeine Weise über ein Netzwerk von Individuen zu machen, auch noch anonym. Was Beat jetzt nicht gesagt hat, die Verteilung dieser Bitcoins im Moment ist ja auch nicht gerade solidarisch, sondern die Zahlen, die ich gelesen habe, ist 20 Prozent der User, 100 User, die 100 reichsten User, besitzen 20 Prozent dieser Bitcoins. Also eine Verteilung, die teilweise an die Reichtumsverteilung in ganz normalen kapitalistischen Gesellschaften erinnert. Also das ist auf jeden Fall kein Netzwerk von irgendwie Gleichberechtigten oder wo Gleichheit herrscht. Was ich auch erst mal sympathisch daran finde, ist, das mag euch jetzt vielleicht erstaunen, dass es auch eher anders argumentiert, so scheint es mir zumindest, als all diese Regio-Geldvarianten oder Schwund-Geldvarianten oder alle diese Geldreform-Ideen, die sagen, das große Problem am Geld ist der Zins, Zins ist böse, böse, böse und wir müssen die Funktion des Geldes wieder zurückschrauben auf seine wirkliche, natürliche, was auch immer dann für Kategorien kommen, Funktion, nämlich einfach Zahlungsmittel und Zirkulationsmittel zu sein und den gerechten Tausch wieder zu ermöglichen. Das scheinen die ja auch nicht zu machen, sondern es scheint ja völlig klar zu sein, dass man mit diesem Geld spekulieren kann, dass man Kreditgenossenschaften anscheinend versucht zu gründen, dass man also Kredit als ein ganz normales, kapitalistisches Geschäft ansieht. Das mag euch jetzt wundern, dass ich sowas erst mal verteidige, aber bei all diesen konservativen oder teilweise faschistischen Zinskritikern, finde ich, ist das erst mal ein Moment, wo ich sagen würde, ja, das ist auch erst mal richtig so. Allerdings sehe ich da trotzdem überhaupt nichts Linkes mehr dran, also eine Währung, die heutigen Währungen zu ersetzen durch eine andere, mit denen man auch Profite machen kann, mit denen man irgendwie, ja, Geschäfte macht, wo es um Wettbewerb, um Konkurrenz geht und wo letztlich die Ungleichheit auch das Ziel und der Zweck ist. Ich habe den Eindruck, es gibt, dass die Diskussion aber durchaus widersprüchlich ist. Es gibt ja das eine Argument, das ich jetzt nicht mehr einleuchtend finde, das sagt, naja, das ist aber trotzdem gegen diesen Wachstumswahn dieser Gesellschaft gerichtet, weil bei endlichen Ressourcen, also die Ressourcen seien endlich, aber das Geld ist ja unendlich, in dem jetzigen Geldsystem steckt eben dieser Wachstumswahn und da wir die Bitcoins aus mathematisch-technischen Gründen ja begrenzen auf 21 Millionen, also das Argument habe ich gefunden, das mögen ja vielleicht nicht alle teilen, da wir diese Geldmenge begrenzen, wird das auch irgendwie eine Begrenzung dieses Wachstumswahns sein. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Das zeugt meines Erachtens nur davon, dass da wenig begriffen ist davon, wie die politische Ökonomie einer kapitalistischen Gesellschaft funktioniert, dass die Dynamik und damit auch das Gewaltverhältnis des Kapitalismus in dieser Art von Konkurrenz getriebenem, Profit getriebenem Produktionsweise steckt. Und diese Produktionsweise ist es, so wäre das Argument von dem Marx gegen alle Geldreformer, die Geld notwendig macht und die auch dazu führt, dass Geld zu Kapital wird und so weiter. Das ist nicht irgendwie eine Eigenschaft des Geldes, sondern das ist diese Produktionsweise dieser Gesellschaft, die dazu führt, dass man Geld braucht. Und wenn man jetzt noch eins tiefer gehen will, würde ich sagen, was dahinter steckt, sind ganz viele Fetische, die der Marx im Kapital eigentlich immer ganz schön aufgedeckt hat. Das steckt darin, in diesem Argument mit der begrenzten Menge steckt ja sowas wie, du hast es vorhin auch gesagt, wie zu Zeiten des Goldstandards, als ob es schon zu Marx-Zeiten war das nicht mehr richtig, dass die Menge des Goldes, also des Materials, tatsächlich irgendwie die Geldmenge begrenzt hätte. Das ist schon zu Marx-Zeiten passé gewesen, weil das nicht adäquat ist für eine Gesellschaft, die kapitalistische Produktionsweise hat, in deren dermaßen eine Wachstumsdynamik drin steckt, die irgendwie, ob das Gold ist oder irgendwie 21 Millionen Bitcoins, das ist dieser Produktionsweise egal. Und der nächste Fetisch, der da drin steckt, ist zu glauben, meines Erachtens, zu glauben, dass der Staat oder die Zentralbank als in einer bestimmten Weise staatliche Instanz, also zu glauben, dass sie die Macht hat, zum Beispiel, den Wert dieses Geldes dann auch zu bestimmen. Also oft findet man in diesen Texten, wir sind gegen die Zentralbank, weil das ermöglicht ja, dass der Staat Geld drucken kann, so viel er will. Das kann er natürlich nicht im Kapitalismus, also das kann er schon, aber dann muss er die Konsequenzen tragen, die das ökonomisch hat. Und da hat der Staat wenig politische Möglichkeiten einzugreifen, diese ökonomischen Konsequenzen dann in den Griff zu kriegen. Also ich glaube, dass das teilweise eine völlige Überschätzung ist, auch der Staatsfunktion. Die steckt meines Erachtens in einem unbegriffenen Verhältnis von Werten und Preisen und dann wären wir quasi bei den Innereien des Kapitals und bei Band 1 und bei unserer Spielwiese, das muss man jetzt auch gar nicht groß ausführen, aber die These von dem Marx ist ja, der Staat mag hier den Maßstab der Preise, den kann er politisch regulieren. Das Maß der Werte ist ein immanentes gesellschaftliches Maß, was in dieser Produktionsweise steckt und da hat Politik nur sehr begrenzt darauf Einfluss. Diese Zusammenhänge werden meines Erachtens in solchen Debatten vollständig unterschlagen oder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und es herrscht, ob bei den Befürwortern, den Bürgerlichen oder bei den Kritikern so ein bisschen der Irrglaube, als ob der Staat tatsächlich diese Wertverhältnisse politisch regeln können. Er mag sie beeinflussen können, aber substanziell regeln kann er sie eben nicht und wenn man jetzt die Politik der Europäischen Zentralbank sieht, dann sind sie am Ende mit ihrer politischen Regelung. Sie wollen irgendwie weg von der Deflation und sind mit ihren politischen Machtmitteln am Ende. Also das zeigt ja auch ein Stück weit die Machtlosigkeit dieser Instanz gegenüber der Ökonomie, die eben nicht nur politisch reguliert ist, sondern die eine gesellschaftliche Dynamik ist. Und vielleicht als letzten Punkt noch, ich habe uns die zehn Minuten auch schon überschritten, wenn das ein linkes Projekt sein sollte, also ein paar Momente hat das ja von mir aus, dann wäre meines Erachtens immer die Frage, warum setzt man am Geld an und nicht an eben dieser Produktionsweise, die es überhaupt nötig macht, dass man Geld braucht. Und da scheint mir, also in keiner Diskussion habe ich auch nur eine Zeile gefunden, außer in dem einen Papier, was hier glaube ich von den Toppies gemacht wurde, natürlich da schon, aber ansonsten habe ich nirgendwo etwas gefunden, das jemand mal thematisiert, wir müssen doch eigentlich die Art und Weise, wie wir produzieren, die Gegenstände und die Gesellschaft ändern, dann brauchen wir vielleicht gar kein Geld mehr oder ziemlich sicher oder vielleicht nur noch in der Übergangsphase, weil wir alle noch diesem Fetisch nachhängen, aber diese Frage wird überhaupt nicht gestellt, sondern es scheint diesen Anhängern von Bitcoins auszureichen, dass man in irgendeiner Weise der Hierarchie dieser Banken entgeht und dann irgendwie eine Form von Tausch dort ermöglicht, ohne in irgendeiner Weise zu fragen, wie das, was sie da tauschen, hergestellt worden ist. Solange man das nicht fragt und solange man da nicht auch ein Auge drauf hat, glaube ich, ist das noch kein emanzipatorisches Projekt. Also die Geldkritik kann vielleicht ein Ausgangspunkt davon sein, aber wenn sie dabei stehen bleibt, irgendwie nur das Geld zu reformieren, wird das auch nicht in irgendwas Emanzipatorischem münden, sondern nur dann, wenn man sich, wenn man einen Schritt weitergeht und sich überlegt, warum brauchen wir das überhaupt, dieses Scheißgeld? Warum kommen wir auf die idiotische Idee, verschwenden Computerenergie und menschliche und Zeit und Ressourcen, wie wir das Geld reformieren können? Wieso überlegen wir nicht irgendwie besser, wie wir anders produzieren? Also in der Hinsicht würde ich sagen, kann ich da nichts Fortschrittliches daran erkennen. Viele Fragen sind ja schon toll dezentral beantwortet worden. Ich habe zu der Frage, wer profitiert, wenn es die Vermutung, dass sozusagen die Ersteinsteiger für den Jutsch dann Profiteure sind, immer abhängig davon, wann sie denn aussteigen, nicht? Wenn jetzt der Kurs total verfällt und sie warten bis zum Schluss, haben sie auch nichts davon, nicht? Also es ist ein wie bei jedem Spekulationsgeschäft, wo sozusagen der Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt entscheidend ist. Ob der beste Einstiegszeitpunkt unbedingt am Anfang war, muss die Zukunft zeigen, nicht? Weiß man nicht, Also viele Leute sind schon ein- und ausgestiegen und kennen Leute, nicht? Die enormen Reibach gemacht haben, nicht? Mit einer glücklichen Fügung, nicht? Kurz bei dem Kurs hoch aussteigen, wo sie früh gekauft haben. Das ist anders gegangen. Also was die richtige Strategie ist, wie in jedem Spekulationsgeschäft offen. Die Kosten für Bitcoin langfristig ist schon beantwortet worden. Expansive Geldpolitik entwertet Geld. Ich meine, der Staat hat natürlich eine Macht auf den Geld, einen Einfluss auf den Geldwert, aber sozusagen er ist nicht der einzige Geldhersteller, nicht? Wir haben ein mehrstufiges Geldsystem, wo Privatbanken Geldsubstitute schöpfen, die sozusagen, wenn alles gut geht, als anstelle von Geld verwendet werden können, nicht? Wir alle zahlen die meisten Rechnungen mit Banküberweisungen, Das sind Ansprüche auf Geld und nicht genuines Geld. Und wenn das Bankensystem zusammenbrucht, auch Wechsel oder Unternehmens, wechselseitige Unternehmenskredite können auch letztlich zu Zahlungszwecken verwendet werden, also der Privatsektor schöpft dem Geld mit. Also insofern gibt es keine Feinsteuerungsmacht des Staates, dass er sagen kann, ich sehr geehrte Geldwert ist so und so und dann ist aus. Er hat gewisse Instrumente, um die Erwartungen der Wirtschaftsobjekte zu beeinflussen, aber sozusagen, wenn die ihm nichts glauben und sagen, machen wir nicht, dann ist nicht. Also da kann er drucken oder nicht drucken, was er will. Solange Kapitalismus herrscht, eben von Privateigentum und dezentraler Alternative, dezentraler Initiative getragen ist, sozusagen ist die Macht des Staates begrenzt, obwohl sie größer ist als die viele andere Wirtschaftsakteure, weil eben eine große Entität ist und Zwangsgewalt und alles Mögliche. Die Frage, ob von Banken ausgeschlossene in Bitcoin eine tolle Alternative sehen, ich habe das in dem Ausblick kurz angesprochen und möglicherweise nicht angemessen berücksichtigt, aber sozusagen die Antwort ich gegeben hätte, so ich schon selbst gesagt, viele andere Player sehen dieses Problem auch oder sehen das auch als Markt und bieten Lösungen an und ob Bitcoin da unbedingt die beste Lösung ist, ist offen, weil wie gesagt, es gibt da enorme Risiken, das Währungsrisiko und das Verwaltungsrisiko, das da am Einzelnen hängen bleibt und ob ein armer Kleinbauer beim Management dieser Risiken unbedingt so gut aufgehoben ist und technologisch und zeitmäßig und informationsmäßig gut ausgerüstet ist, ist eine offene Frage und die Tatsache, dass MPS mit dem offizieller Währung fungiert und sozusagen ein zentraler Ausgeber ist, der sozusagen auch gewisse Garantien übernimmt, ist glaube ich der Schlüssel für den Erfolg neben vielen anderen Sachen und die Bitcoin-Nutzen ist eben sehr voraussetzungsvoll und es gibt glaube ich viele Infrastrukturgrüne, die dafür ausschlaggebend sind, dass das eben vor allem ein nordatlantisches Phänomen ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit bleiben wird. Ich würde bei dem Beitrag gleich anknüpfen. Das ist sicher ein richtiges Argument, aber das zeigt auch genau, dass Bitcoin kein linkes Projekt ist, sondern vielleicht ein bürgerlich fortschrittliches Projekt, wo Menschen, die in der bürgerlichen Umgebung leben, in irgendwelchen afrikanischen Ländern, aber nicht die Möglichkeit haben, an dieser bürgerlichen Welt teilzuhaben, wenn die dadurch daran teilhaben können, ist das für sie sicher ein Fortschritt, aber mit links hat das dann nicht so viel zu tun, also im Sinne von Abschaffung von Kapitalismus oder sowas. Ich sehe mich auch missverstanden, wenn du der Enthusiast hinten dran sagst, wir sollten uns nicht als Gegner ansehen, ich würde euch gar nicht als Gegner ansehen, ich bekämpfe das ja gar nicht, weil es stört mich jetzt auch nicht wirklich, dieses Projekt. Ich kann keine Phase entwickeln für was emanzipatorisch Fortschrittliches. Wenn du sagst, das ist ein anarchistisches Projekt, würde ich sagen, genau, und das zeigt das Problem des Staatsfetischs, des Anarchismus. Also ich bin auch dafür natürlich, die Regierungen, alle Regierungen abzuschaffen, die Regierung an sich aufzuräumen, hast du gesagt, wunderbar, bin ich sofort mit dabei. Aber ich würde mich gerne auch darum kümmern, wie das mit der Ökonomie dann läuft. und nicht nur den Staat abschaffen, das ist noch nicht genug. Und irgendwie die Ökonomie als Warenwirtschaft belassen und so weiter und eine tolle andere Währung einführen und das ohne Regierung, das ist nicht meine Vorstellung von Emanzipation. Das ist einfach der Punkt. Aber ich glaube, das ist ein Problem des Anarchismus, dass er zu wenig irgendwie sich um diese ökonomischen Fragen Gedanken gemacht hat. Die Frage mit der Zentralbank hast du ein Stück weit schon selbst beantwortet. Du hast gesagt, die senken die Zinsen und entwerten damit des Geldes. Das hofft die Zentralbank, dass sie das tut. Im Moment passiert aber das Gegenteil. Die Zentralbank, die Europäische, sinkt die Zinsen auf 0, wie viel haben sie? 0, also fast auf 0. Sie geraten aber im Moment in eine Deflation. Und das meinte ich damit. Die Macht des Staates oder der Zentralbank hat da ihre Grenzen. Und es gibt da noch andere Mechanismen, die eben nicht politisch beeinflussbar sind in dieser Weise. Gänzlich. Das heißt ja nicht, dass Politik keinen Einfluss hat. Aber ich finde, das zeigt irgendwie sehr deutlich, die bürgerliche Zentralbank-Theorie ist eigentlich an ihre Grenzen geraten, ist sie immer mal wieder. Das stört die ja gar nicht. Also das ist in Japan ja auch schon lange der Fall. Das juckt die ja nicht weiter. Aber das kann man glaube ich mit Marx und mit ein bisschen Verständnis von Preis und Wert besser erklären, was da passiert. Ach, so weit. Da war das Argument, es gebe viele Bitcoin-Forks und das sei sozusagen ein Echtzeit-Abstimmungsangebot, wo es sozusagen dann bewertet, über wer da mitmacht. Das Ergebnis, man daran ablesen könnte, was das beste Geldsystem sei. Alle diese Systeme sind keine Geldsysteme. Weil Geld ist Recheneinheit, Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel. Aber kein einziger Preis auf der Welt ist in Bitcoin oder sonst irgendeiner von diesen Kryptowährungen bepreist. Alle Preise dieser Welt sind in Euro und Dollar bepreist. Das hat seinen guten Grund. Geld ist so eine Art Sprache der Ökonomie auf einer Ebene. ist vieles andere auch. Und sozusagen seine Privatsprache anzubieten, ist meistens von weniger Erfolg gekrönt. Selbstfreundliche Ansätze wie Esperanto, wo in dir sehr viel Power geflossen ist, haben das nicht geschafft. Und Geld ist eben auch ein Netzwerk und das mit der Nutzungsgröße für den einzelnen Nutzungsvorteilen gewinnt, ganz ökonomistisch betrachtet. Darum kannst du sozusagen ein winziges Privatnetzwerk nur sich durchsetzen, wenn sozusagen Armageddon ausbricht, die großen Währungen sterben oder sozusagen extremen Blödsinn machen, sodass die User in Scharen weglaufen. Aber wie doch ein Wunder die Infrastruktur auf die Bitcoin aufsetzt, dennoch halten und verteidigt bleibt. Meines Erachtens kein sehr realistisches Szenario und die Tatsache, dass welche von diesen verschiedenen Kryptowährungen erfolgreich ist, liegt an ihrer Nutzen als Spekulationsobjekt. Und da hat Bitcoin Vorteile, eben weil es diese Regel hat, fix begrenzt zu sein, aber es ist kein Geldsystem. Und sozusagen, dass es erfolgreich ist oder nicht erfolgreich, sagt nichts über sozusagen die Güte einer Geldmenge Regel aus, sondern über die Güte von Bitcoin als Spekulationsobjekt und das hat Vor- und Nachteile. Die Frage, wer sind die Bitcoin-User? Sehr gute Frage. Gibt es ein paar Umfragen, die genau das bestätigen, was sie sagen? Das ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden, aber früher waren es vielleicht 97% Männer, vor allem in den USA, vor allem unter 30, vor allem technisch gebildet und orientiert. Letztens gab es eine neue Umfrage, habe ich nicht genau im Kopf, aber es ist sozusagen nicht weitgehend besser geworden. Die Frage, warum, ich Bitcoin dafür kritisiere, kein Mittel zur Partizipation zu sein, offizielles Geld sei das ja auch nicht, ja, aber offizielles Geld erhebt nicht diesen Anspruch, Bitcoin schon, weil das ist sozusagen von vielen Leuten als Demokratisierung des Geldes verkauft und sozusagen, wenn man Bitcoin seinen eigenen Ansprüchen oder den von vielen Nutzern misst, ist das ein relevantes Gegenargument und die Frage der Besteuerung, die ich da auch erwähnt habe, unterscheidet Bitcoin insofern von anderen Geldern, als es durch die Anonymität zumindest den Versuch oder den Anspruch erhebt, sozusagen Besteuerung zu erschweren, was bei offiziellen Währungen nicht gegeben ist. Das war hinter diesem kurzen Argument das längere Argument. Ich wollte auf zwei Punkte eingehen. Der eine ist, die klare Frage, was ist der Unterschied zwischen Gelddrucken und Bitcoin Mining? Gelddrucken ist ein bisschen eine journalistische Metapher, die auf die Art und Weise der Geldschöpfung heutzutage nicht gut zutrifft. Euro wird im Zuge eines Kreditprozesses ausgegeben, seitens der Zentralbank gegenüber den Banken oder seitens der Banken gegenüber den Unternehmen und sonstigen Kreditnehmern. Der Vorteil aus ökonomischer Sicht ist, dass mit der Kreditvergabe, mit der Geldausgabe die Aussicht auf Wertschöpfung verbunden ist. Bei Bitcoin erfolgt die Geldausgabe als Entlohnung für den siegreichen Bewerber bei der Beweisung von Zahlungsdiensten und sozusagen es gibt keine Bitcoin-Ökonomie, wo irgendeine Art von Wertschöpfung stattfinden würde und warum es kein Geld ist, habe ich eh schon besprochen. Die Frage, ob Bitcoin bei allen Pros und Kontras vielleicht situativ ein Mittel ist, um auszusteigen und als Beispiel wurde genannt die Situation eines Zentralbank-Iperialismus, wo ich nicht genau weiß, was es ist, aber ich stelle mir vor, es ist sowas wie Währungskonkurrenz, wo die Währung eines Kleinstaates unterliegt und komplett dollarisiert wird zum Beispiel. Wäre das das Szenario oder Euroisierung oder sowas? Ja, okay. So was ist, wenn ein Kleinstaat seine Währung nicht durchsetzen kann, weil sozusagen Euroisierung oder Dollarisierung passiert, dann liegt das daran, dass die Bevölkerung dem Staat nicht zutraut, sozusagen gutes Geld herzustellen und sich an ein größeres Netzwerk anschließt, dem es zutraut, das besser herzustellen. Das ist sozusagen ein Votum gegen Geld. Man kann Geld nicht aufzwingen der Bevölkerung, sondern man muss ein gewisses Mindestmaß an Geldqualität bereitstellen, sonst finden die Leute Wege, was anderes zu nutzen. Zum Beispiel Bitcoin, aber in der Regel nicht Bitcoin oder irgendein anderes winziges Privatnetzwerk, sondern ein größeres Netzwerk. Darum sind Kleinstaaten immer geldpolitisch beschränkt und Österreich, aus dem ich herkomme, hat lange Zeit den Schilling an die D-Mark gebunden und hat sozusagen keine geldpolitische Autonomie gemacht, weil sie gesagt haben, es ist aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtung vorteilhaft und wahrscheinlich auch jetzt nicht so wahnsinnig aussichtsreich, eine winzige Währung mit Geldautonomie auszustarten. Währungen auf der Welt unterliegen einer gewissen Währungskonkurrenz und es handelt sich um konkurrierende Netzwerke und sozusagen wenn man wegen Netzwerkkleinheit und mangelnder Güte unterliegt, ist es nicht sehr aussichtsreich, ein noch winzigeres Netzwerk als Alternative aufzustellen, das sozusagen noch viel weniger kann, weil die ganzen Risiken und Geldgesichtspunkt Nachteile von Bitcoin habe ich ja schon genannt, also meine Antwort wäre nein und wenn man sich gegen ausländische Dominanz und sowas schützen möchte, gibt es andere Instrumente in der Wirtschaftspolitik und Kapitalverkehrskontrollen sind da als erstes zu nennen, wo man den Leuten gibt, die Möglichkeit nimmt, dieses Misstrauensvotum zu machen oder sozusagen den Einfluss von externen Kapitalkräften zu dämpfen und nicht eine Startup-Währung einzuführen. Das ist weitaus weniger aussichtsreich. Dann hast du quasi das Schlusswort. Oh wei. Ich würde gerne noch mal auf deinen Beitrag eingehen, weil das schien mir doch symptomatisch, wie du die Geschichte des Geldes anhand der Produktivkraftentwicklung geschildert hast. Das hat immer vorausgesetzt, alle Gesellschaften, die historisch bestanden haben, haben immer getauscht und haben eigentlich entweder ohne oder mit Geld getauscht. Das ist bürgerliche Geschichtsschreibung, wie wir sie kennen, die auch den Zweck verfolgt, die Verhältnisse, die wir hier haben, bis in alle Zukunft zu verlängern und die sozusagen die Fantasie abschneiden, sich vorzustellen, dass man vielleicht auch ohne Geld produzieren kann. Da würde der Gewerkschaftskollege sagen, das ist utopisch, das ist weit weg. Aber wenn ich eine Vorstellung entwickeln soll von einer freien, emanzipierten, demokratischen Gesellschaft ohne Staat und so weiter, dann würde ich eben sagen, dann gehört er auch dazu ohne Geld und ohne irgendwie Warenproduktion. Das mag weit weg sein. Um mir so eine Vorstellung überhaupt machen zu können, muss ich aber auch an der Geschichte denken. Da muss ich mich vielleicht mal genauer damit beschäftigen. Mich würde gerne ein Geschichtsbuch interessieren, das so eine Gesellschaft beschreibt, die irgendwie, das muss ja Jahrhunderte zurückliegen, wo die Leute angeblich irgendwie Äquivalente getauscht haben. Ihr werdet keinen Historiker finden, der so eine Geschichte, der euch eine Gesellschaft zeigt, wo es sowas gab. Das ist selbst noch mal Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass du es mehrfach betont hast. Ich habe den Eindruck gehabt, du verlängerst plötzlich irgendwie Tauschverhältnisse einfach in die Historie zurück, sozusagen in die Anfänge der Menschheitsgeschichte. Das halte ich genau für einen großen Fehler. Die frühere Gesellschaften waren anders organisiert, die haben überhaupt nicht getauscht, auch keine Äquivalente und so weiter, sondern da verlängert man immer bürgerliche Momente zurück in die Urgeschichte, um damit gleichzeitig jetzige Gegebenheiten so anzunehmen, wie sie sind. Das halte ich irgendwie für problematisch, weil man dann auch nicht mehr in die Zukunft denken kann, die anders aussehen könnte als bürgerliche. Dann noch mal vielen Dank und noch einen schönen Abend und vielleicht noch interessante Gespräche. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.